So, und hier ist ein weiteres Vorstellungsvideo von mir, und zwar von meinem dritten Meerschweinchen. Und zwar ist das die Wusel. Ja, das ist Wuselchen. Guck mal hier, kleine Maus. Also Wusel ist jetzt ungefähr drei Jahre alt und eher die Ängstliche im Käfig. Hm, also sie kann auch ziemlich herzzerreißend quietschen. Ähm, ja, und das, also sie wird jetzt langsam zahm, aber das ist ziemlich problematisch manchmal mit ihr. Da will ich gerade nochmal anwerken, die Wusel, die hat ein kleines Handicap. Die ist nicht mehr so schnell wie vorher, weil die sich nämlich im Außengehege mal verletzt hat. Warum sie kommen hier? Und zwar hat die sich nämlich mal an der Hinterpfote, hat die sich eine Kralle abgerissen, da die Mittelkralle. Die hat sie sich abgerissen. Kleine Maus, bleib mal sitzen. Komm mal sitzen. Die hat sie sich nämlich abgeschnitten, ähm, also abgerissen beim Brennen, weil sie da an einem Stein hängen geblieben ist. Und, komm mal hier, Kleine Maus. So, wenn ich zeig jetzt immer nicht so gern darf. Da ist diese Kralle abgerissen. Die wächst jetzt schon wieder gut nach, aber es war halt auch ziemlich schlimm, ihr dann immer die Spritzen zu geben. Und das mochte sie halt gar nicht. Nee, das mochte sie gar nicht. Und sie ist unser kleiner schwarzer Blitz. Ja. Und sie mag die Blossom sehr, sehr gern und die beiden mögen sich halt richtig gern. Die sind super gut befreundet und richtige Schwestern. Den Nemo mag Wuseln nicht so gerne. Die sind, ähm, also sie streiten sich auch öfters und beißen sich dann gegenseitig und so. Aber richtig schlimm ist es eigentlich nicht. Ja. Das ist die kleine Hügel. Das ist die kleine Hügel. Das ist die kleine Hügel.